Hi, Willkommen. 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 Hallo. Ist hier nicht ein Brunnen gewesen? Nein. Doch, hier war mal einer. Ja, aber hier ist keiner mehr. Ja, lassen wir nach links rennen. Weil hier gibt es eh nichts mehr. Auf nach Westen. Ja, ab in die Kälte. Wir werden so verrecken einfach nur. Geht da nicht schon wieder einer? Ja. Ne, wer? Mila. Mila, wo bist du? Ne, ich bin hier. Oh. Achso, die mit der Pfanne. Achso, mit der Pfanne. Okay, Gifke. Ah ne, Gifke wollte ja weg, ne? Ich bin da. Irgendeiner fehlt. Ja, Gifke ist doch essen gegangen, ne? Achso. Ha, Trottle. Voll Trottle. Was ein Loser. Einfach Streamer machen ohne Intro. Viel zu früh. Krieg ich gleich wieder Ärger. Einfach mit ins Geschehen rein. Au. Ja, nix zu fressen, gar nix, ne? Wir werden niemals da ankommen. Na, wieso ist doch gar nicht mehr so weit? Ja. Und mir ist warm. Bruder, ich bin jetzt schon am sterben. Echt? Ja, na klar. Ha. Trottle. Oh, Trottle. Oh, Akpizubu. Spice Pirate, Dankeschön für Luism, 43. Nunukulun. Tagsam. Oh, ne Katze auf meinem Tisch, hallo. Tagsam. Oh, ich hoffe mal, dass die Capes funktionieren. Das wär so geil. Hier ist eine in der Nähe. Ja, guck mal, oben rechts. Ich seh das doch. Oben rechts ist eine. Wo? Ja, da siehst du so ein Steigengebild. Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle drin. Ja. Hat ein Kollege von mir gemacht, die Dinger. Das ist so geil. Angeber. Ja, ich hab Freude. Tagsam. Holy Coase, Dankeschön. Medium Pille, Dankeschön. Oh, Aua. Aua. Für die Müsse zum 6 und 5. Und Paul zu Dank für die Müsse zum 13. Da ist ein Zug. Lass mal unten an dem Zug gehen, da gibt's immer Sachen. Oh, jetzt sterb ich nicht mehr. Oh, Akpizubu. Jetzt knallt das Heatpack rein. Ne. Mila, was hast du mit der Pfanne vor? Die haut dich gleich. Würdest du dich jetzt so als Daisy-Profi bezeichnen? Ja, natürlich. Sie ist die Mila, muss sie lieb haben. Ich mein, schau mich an. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Geh weg. Oh, eine Mütze. Geil. Oh, guck mal. Ein Shirt. Ein Shirt. Grüße. Elektro, komm zu uns. Ja, ich laufe. Pullover. Mila, warte, guck mal einen Wagen weiter vor. Da ist ein Jeansrock. Ist zu kalt. Plündert alles, meine Freunde. Komm mal, ich seh dich da hinten, Nick. Wir müssen überleben. Ja? Mit Tabletten. Ja. Oh. Mila, klaut mal Tabletten. Das sind meine Tabletten. Das sind meine Tabletten. Orientierungskompass. Mila, ich hab was für dich. Siehst du mich auch schon, Nick? Hier. Bitte? Siehst du mich auch schon? Zieh das an. Nö. Boah. Äh. Nein, nicht anziehen, das ist kalt. Das hier ist jetzt der Sie Winter Cerno mit der, wie heißt die andere Map Nummer? Ich kann das nicht aussprechen. Hier ist ein Rucksack. Da. Ich hab einen Rucksack. Oh, eine Atem-Schutz-Maske. Brauchst du noch einer im Backpack? Ja. Da. Da. Na mal. Na mal. Na mal. Mit den Na mal. Ich hab einen Rucksack schon. Dann komm her, Kürtis. Ich hab alles für dich. Dann müssen wir dein Gesicht nicht mehr sehen. Geil. Tagsam. Willkommen. Willkommen. Ich bin jetzt hier auf der Hauptstraße. Ich bin jetzt hier auf der Hauptstraße. Wir sind noch nicht zu weit weg gefiegt. Ja? Ja, ich sprinte gerade. Könnt ihr kurz warten? Nein. Wir sind auf den Gleisen. Langlaufen. Hier vorne rechts gibt's Essen, ne? Ich erschieße dich. Pack die Pfanne weg. Warte, hier ist doch kleine Militär. Mama. Ich hab keine Pfanne. Das ist eine Fake-Pfanne. Die Zombie-Spawns sind jetzt erhöht, ne? Und die sind stärker, ne? Ja. Aber die sprinten dafür nicht und klettern nicht. Aber die können immer noch laufen. Wenn die dich bergbein haben, bist du weg. Ja. Okay. Weck vom Fenster. Weck. Tagsam. Tagsam. Heute ist Dienstag? Ja, am Zug weiter raus. Ist heute Dienstag? Über die Brücke drüber. Ja. Nein, heute ist Montag, oder? Fucking Streamer. Ist heute Dienstag? Nein, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag? Ja. Scheiße, richtig ausmachen. Echt jetzt? Nein. Heute ist Dienstag, Junge. Oh, Reifen. Meiner. Scheiße. Ich dachte, das wäre Montag. Überlistet. Egal, ich habe eh Bock zu zacken. Scheiß drauf. Oh, das ist ein Apfel. Der klaut ihn direkt, natürlich. Mein Apfel. Das ist noch ein Apfel. Der ist für dich. Den habe ich dir da gelassen. Raus aus dem Haus, Mila. Das ist mein. Mein Haus. Geh weg. Er macht die Tür direkt wieder zu. Späh ihn ein, Mila. Späh ihn ein. Nein. Späh ihn ein. Geh weg. Ey. Nicht gekommen. Getrocknete Äpfel kann man essen, ne? Ja. Peekaboo. 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 Ich bin hier mit kleinen Military. Ich habe was geiles gefunden. Aber ich sage euch das nicht. Einen Papa? Einen Schwanz. Nein. Den finde ich nicht mehr. Warte, was von beiden? Winzig. Beides. Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen. Ja, ich hab. Ich habe aber irgendwie keinen Bock daraus zu saufen. Trink doch mal draus. Ich weiß nicht, dass du eigentlich können. Hau dich doch. Ich habe Angst. Ben, ich hatte Däpfel schon. Trink jetzt da raus. Muschi. Ne, das Kleid will ich nicht. Geh weg. Wenn ich wieder krank werde. Taktsam. 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 Bin gesund. Ab zum Industrial. Hallo. Hi. Ja, ab in die Stadt. Ja, gleich kotze ich wieder, Mann. Ja, kotze. Bäh. Bäh. Wieder los. Wie viel, wo bist du? Willst du das hier? Hier ist eine Mütze. Ich hab bla 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 bla. Dankeschön. Meine Haare gucken aus der Mütze aus. Ich hab siemals neu bei Deiner. Ja. Mich hat gerade einer bei Twitter gefragt, warum ich mich immer nur Curtis Kusch nennen. Ja, warum? Ja. Weil mein Haar mir ist. Ach so. Die Absurdöme im Internet. Echt? So heißt du wirklich? Was soll ich mich denn sonst nennen? Das ist dein echter Name? Ja. Oh, da ist ein Zombie. Oh. Pass auf, die sind stärker, ne? Gerdes, ich hab was für dich. Hö, die rennen ja doch wohl noch. Ja, die sprinten aber nicht. Du kannst von denen wegkommen. Gerdes? Dumm. Ja. Mal hier. Ein Teddybär. Den hab ich für dich. Ich will kein Teddy. Oha. Lass mich in Ruhe. Bisschen so gut aus. Bisschen so gut aus. Am, das ist da? Wann ist. Ja. Am, das ist das.